Nur noch heute und morgen bis zum Nachmittag habt ihr die Chance, richtig fette Items bei Reda in Assassin's Creed Valhalla abzustorben. Das in diesem Video bleibt dafür auf jeden Fall am Schluss. Liebe Leute, mein Name ist Nathfrag hier auf meinem Zweitkanal. Da gibt es ungeschnittene, kurze und informative Videos. Und wir stürmen auch direkt los zu Reda, denn diese Woche ein Tag, eine Stunde und 37 Minuten läuft das Ganze noch. Sprich bis 16 Uhr am Dienstag habt ihr die Chance auf ein Set, was hier tatsächlich im Zweier-Set-Bonus vorhanden ist. Bei Reda, es ist das Neuzeit-Set. Ja, ist jetzt nicht das beste Set aller Zeiten. Wir gucken uns das gleich an. Es gibt hier die Rüstung der Neuzeit und die Verkleidung der Neuzeit. Aber eines der besten Sets aller Zeiten ist hier ebenfalls bei Reda und zwar die Einherjahr-Kapuze. Zweier-Set-Bonus Einherjahr-Set ist meine immer Empfehlung. Eigentlich, wenn mich jemand nach einem Set fragt, das kann man jeder Skillung eigentlich empfehlen. Und es ergibt absolut Sinn, ein Einherjahr-Set zu spielen, beziehungsweise zwei Sette-Teile im Zweier-Set-Bonus. Der Fünfer-Set-Bonus, der ist nicht so gut. Ja, das braucht man nicht. Aber Zweier-Set-Bonus, absolut bombastisch kombinierbar. Immer ein solider Pick, egal gegen was. Außer gegen Bosse da tatsächlich nur, wenn drumherum auch Gegner stehen. Rüstung der Neuzeit ist hier nochmal dann interessant. Also Einherjahr-Kapuze, absolute Empfehlung. Wenn ihr ein Teil schon habt oder wenn ihr keins habt, dann hole ich das. Wenn ihr schon zwei habt, braucht ihr es nicht holen. Außer vielleicht für die Optik. Rüstung der Neuzeit, Verkleidung der Neuzeit. Wir gucken uns das Ganze jetzt nochmal im Detail an, was ihr bis morgen dort bekommen könnt. Und ja, das Neuzeit-Set, das ist dieses ganz moderne. Ich weiß gar nicht, wo ich es hier habe. Wie das nochmal genau aussah. Ach, das sah so natürlich aus. Wir setzen mal hier den kompletten Satz ein. Und ja, das habt ihr jetzt nicht dabei. Ihr habt tatsächlich den Torso und diese Verkleidung, den Umhang. Im Angebot Angriff wird abhängig von der verbleibenden Gesundheit des Ziels erhöht. Gut, ganz interessanter Perk. Unterstützt euch dann, wenn der Gegner eh schon schwach ist. Ob das jetzt Sinn ergibt, überlasse ich euch. Aus meiner Sicht nicht, weil wenn der Gegner wenig Leben hat, dann brauche ich nicht besonders viel Angriff. Sondern ja, dann ist der Overkill der Schaden, den ich über den Tod hinaus mache. Sagen wir, das Ziel hat noch 50 Leben. Ich kriege dann aber einen 40-Angriffs-Buff und mache dann 150. Das bringt mir gar nichts. Umgekehrt wäre es wesentlich sinnvoller. Bei vollem Leben viel Angriffsbonus, bei wenig Leben wenig Angriffsbonus. So habe ich weniger Overkill. Das ergibt vor allem mit schwachen Waffen Sinn, dieser Bonus. Ist logisch, ne? Also im Prinzip ist das prädestiniert für Dolche. Ja, weil Dolche dann eher keinen Overkill machen und du zum Ende hin potenziell stärker wirst. Also Zweierset-Bonus Neuzeitrüstung. Auf jeden Fall eher für schnelle Waffen. Ein leichter Bogen, Dolche. Das ist, was man da spielt. So sieht das Ganze aus, ohne die Maske. Die ist ja eh gerade nicht im Angebot. Mit Maske, absolut krass. Fehl am Platz. Ohne Maske geht es noch. Ja, man sieht, das sind neue Materialien. Man sieht die Tarnungsoptik. Man sieht hier das Abstergo-Logo. Es ist nicht sonderlich schön, meiner Meinung nach. Eigentlich nicht empfehlenswert, das zu holen. Außer man will unbedingt diese Modern-Day-Optik. Und selbst dann muss man ja echt schon Glück haben, nochmal zwei der Items zu kriegen. Denn ich habe die Vermutung, dass es nicht so nah, nicht in naher Zukunft passieren wird. So war das eigentlich. Außerdem gibt es noch den Einherjahr-Runenstein. Die Draugr-Opfergabe. Den Taranis-Arm. Und heute noch den Draugr-Arm. Wenn man drauf steht, steht man drauf. Einherjahr-Stein brauche ich jetzt nicht. Was ich ganz lustig finde, war die Taranis-Faust. Ja, kann man machen. Weil viele immer wieder fragen, was ich hier für einen krassen Baum habe. Gehe ich jetzt hier mal zum Baum und nicht zu dieser Opfergabe. Das ist nämlich der einzige Baum, auf den du drauf kannst. Und zwar der Wachtturm-Skin ist das. Absolut overpowered, muss man sagen. Der einzige Baum, den du besteigen kannst in deiner Siedlung. Beziehungsweise der einzige Siedlungsbaum halt. Der Baum ist ja ziemlich weg. Verändert die Siedlung maßgeblich, finde ich ganz cool. Und das waren auch schon die zauberhaften Neuigkeiten. Diese Woche in Valhalla, die es noch bis morgen bei Reda gibt. Loggt euch gerne ein, wenn ihr Interesse an dem Einherjahr-Set habt. Das empfehle ich euch also wirklich. Das kann man gut mal mitnehmen. Die Optik ist auch, dann wäre okay. Es gehört aber nicht zu den besten Rüstungen des Spiels aller Zeiten. Was zu den besten Rüstungen des Spiels aller Zeiten gehört, ist natürlich hier das Paladin-Set. Was es ganz neu gibt im DLC, wofür mir noch ein paar Sachen fehlen. Würde mich freuen, euch demnächst mal wiederzusehen. Wir machen morgen um 20 Uhr den Assassin's Creed Legion-Stream. Wer das noch nicht mitbekommen hat, gerne das Video nochmal auf dem Hauptkanal auschecken. Denn Watch Dogs Legion kriegt ein riesiges Update. Was heißt riesiges? Es kriegt halt ein Update. Und, äh, dort wird eine Assassin's Creed-Story erzählt. Mit Assassin's Creed, ich, I don't know, ob das ein Bruderschaftshaus ist. Es sah ein bisschen so aus in dem Trailer. Da freue ich mich schon riesig drauf. Wie gesagt, 20 Uhr morgen früh. Würde mich freuen, euch dort zu sehen. Und, ja, wie sagt man so schön, bis später. Euer Peter. Und natürlich hier gerne nochmal die Glocke. Das wäre legendär. Danke fürs Einschalten und Tschüss. Und mein Zweitkanal. Gerne abonnieren.